Eine begeisternde Veranstaltung zur Zukunft Europas mit Ska Keller und Ulrike Gero. Und eines ist klar geworden, wer will, dass Europa eine gute Zukunft hat, der für mehr europäische Solidarität ist, für mehr europäischen Klimaschutz, für mehr europäische Gemeinsamkeit ist, der muss die Grünen wählen. Bei der Bundestagswahl an 24.09. da gibt es auch Klarungen, welche Zukunft Europa hat. Für eine gute Zukunft brauchen wir die Vollendung der Europäischen Union im Sinne von ein Markt, eine Währung, eine Demokratie. Eine Bundesregierung werde frei verdenken, die europäische Solidarität frei verdenken, die auch an morgen denkt und die gemeinsam mit den anderen Ländern und den progressiven Kräften in Europa darzusorgen, dass es ein Zukunft gibt in Europa und dass sie besser wird und dass sie vereinser wird. Die Grünen sind die einzigen, die hier eine klare Perspektive und ein klares Bekenntnis haben für ein gemeinsames Europa. Zwei Stimme Grünen.